Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Bad Wars Wieder mit dabei natürlich der Markus Hallo Und noch natürlicher, wobei eigentlich nicht, der Leo Hi, hi, hi Auf Gomme spielen wir eine Runde 4x3 auf Steampunk Ich hab, ach, die Map, ok Ja, fangt man an Ich muss mal noch kurz auf den Desktop Ich könnte kotzen Den Wasserfall können wir zubauen Irgendwie Sollten wir vielleicht auch irgendwann tun Ja Ich hab nur immer Angst, dass ich dann aus Versehen zu viel zubaue Ja Dass das Bronze gar nicht mehr kommt Kommt hier auch Eisen? Ne, Eisen kommt hier glaube ich Eins weiter vorne, ne? Äh, ja In diesem Baumhaus Jetzt verlieren wir, weil Leo nicht da ist Sollte sich stehen Aber du bist erst später da Ja, man kann da gar nicht zubauen Klar Die sind schon in der Mitte Ich darf platzieren Tatsache Oh, Gomme Du wärst so cool, wenn du nicht so uncool wärst Äh, äh Ja, mit dem Blockhauen ist halt voll uncool Hat er dich runterge... Ja, mich hat er auch runtergekriegt Jetzt kann er theoretisch zu uns kommen Ich wusste gerne, wie viel HP der noch hatte Hm, es kommt aber keiner Hier ist tricky, weil man kann ja auch sozusagen von hinten an unser Bett ran Und es ist tricky, dass man hier richtig schnell von der Mitte bei einem ist Ja Äh Spür meinen Knüppel Motherfucker Oh, das Einkaufen hier ist echt so Lass es voll auf Ghettos teilen Oh Jetzt hab ich 50 Helme gekauft Das passiert uns auch immer noch ab und zu Das ist ein klammer Klassiker Ich habe viel Gold Oh, Leo Den kannst du auch mal was Ist hinter mir jemand? Ja Ja Nein Nein Ich bin im Wasser Ich hänge im Wasser fest Oh, Mann Ist er runtergeflogen? Ja, weil ich den Penner verfolgt habe Und ich habe vier Gold verschwendet dadurch Oh, Mann Der hockt da unten auf der Insel Aufpassen Aber er ist nicht bei uns am Bett, oder? Nein, der hockt da bei uns unten Der baut sich jetzt hoch Der baut sich jetzt hoch Wo denn? An welcher Seite denn? Ich hab... Ich weiß nicht, habe ich ihn? Ja Luktuber wurde von Dings... Okay Und... Sehr gut, Markus Ah, dann prob ich mir nochmal Gold zu holen Wobei, das Eisen erst mal ein Schwert Sorry, ich bin irgendwie in ein Loch gefallen Ich weiß nicht, wieso Ich probiere mal Gold zu holen Okay Ich... Komm gleich auch in die Mitte Zwei Gold habe ich Na gut Kannst du nehmen Bring mir nicht ganz so viel Sechs Ups Nein, nicht die Steine wegwerfen Die Steine wollte ich behalten Acht Gold Reichts? Komm rüber Ja, ja Komm, komm Komm sofort rüber Baby Ich hab mir zwei herbogen Ja Wo ist denn das Gold hier? Spawn da sozusagen ziemlich nah an diesen einzelnen Ja, acht Stück Statt nur wenige Ne? Ich hab ein bisschen die Wege abgebaut Aber nur minimal Das sind die Problem ist Die sind alle so weit auseinander Und die Mitte ist so breit Da muss man so ewig laufen Okay Immerhin Wir kontrollieren jetzt erstmal ein bisschen die Mitte Soll ich in der Mitte bleiben oder lieber von der Base aus abschießen? Ich würde sagen Bleib erstmal hier, oder? Kannst dich nicht irgendwie Ich überlege, ob er von der Mitte aus irgendwie alle Seiten dominieren kann Aber es geht glaube ich nicht Alle kriegt er nicht Ja, wird schwer Hast du das Gold? Kann ich mal hier mit dem Podest nach oben bauen? Damit ich in der Mitte Oh? Hast du gerade geschossen? Ja, ja Ich war das Kann man hier hochbauen Ja, ich esse eben was und dann baue ich Danke Markus hat auch Okay So, oder? Da passt Warte So, hier Danke Rechts Genau Dann würde ich sagen, geradeaus kannst du am schlechtesten kontrollieren von da aus, ne? Ja Wir müssen dich halt noch ein bisschen höher bauen Bin gerade dabei Von links kommen auch Wie haben sie das denn gemacht? Was? Der war doch nicht tot Ich dachte, der war tot Ne Doch Unser Bad Wood? Ja Ja Der ist von da runtergefallen Ne, nein, nein Guck doch mal oben An die Bäume Ah Okay, das heißt Ähm Noch haben wir nicht verloren Nö, nö Wir dürfen nur die Mitte jetzt halten Ach, das Ach, wir sind doch grün Ich wollte doch sagen Ähm Dann würde ich sagen, jetzt immer bestes Equipment kaufen Das sparen brauchen wir eigentlich nicht mehr wirklich Nö Hast du noch Gold? Fünf Stück Wie wärst du? Elf Dann hol dir den Dreierbogen hier Krass Zack, bitte Danke Boom Aber scheiße, das mit dem Baum da irgendwie, dass wir da nicht drauf geachtet haben Ja, es ist halt blöd, wenn man fünf Jahre lang auf Rehbi zockt Ja, unbekannte Map Ja Ist schon wichtig Mit Schafen Hat die Schafe auf mich losgelassen Die laufen hier hinterher Er kommt zu uns Tja, Pech, ne Unser Bett steht nicht mehr Unser Weg wird jetzt gesprengt Ist nicht so schlimm Pass auf, Leo Hinter dir, Schaf Lauf weg Ja, ich seh's Ist unser Weg explodiert, ne Oder Ich weiß nicht, ich hab nicht drauf geachtet Ich bin noch in der Base So, sieben Stück Dann hol ich mir gleich einen Zweierbogen Wobei, ein Schwert, glaub ich, lieber Ich wollte gerade sagen Wie wär's mit einem Schwert Ja Uch Gerade ein paar Lecks Ein Gold kann ich dir geben Brauch ich nicht Ich glaub, sechs kostet das Schwert, ne Dann hol ich dir Ja, wir zahlen ein bisschen Schiss, in der Mitte zu bleiben Ja, wir sind auch rum Das ist schon unterwegs Ja Das Problem ist Der ist in der Mitte Und ich hab kein Schwert Ich hab ihn runtergekickt Hm Was mit dem Baum ist aber nur Von oben, guck mal Von Ach, auch vom Baum Ja, guck mal, auch vom Baum Wobei, ne Das ist, glaub ich, der, der bei uns war Der hat sich jetzt zu denen rübergebaut Komm schon Ich brauch nur einen Eisen Hier, Leo, Leo, Leo Was? Das ist nur eine Zweierbrustrüstung Aber die hatte ich über Nimm die mal Das heißt gar nichts Markus, kannst du Kopf und so weiter bringen Der ist auch in der Mitte, glaub ich Achso, okay Ich hab was vor Achso Achso Alter Jo, der ist tot Glaub ich Hä, warum ist der nicht gekillt worden? Doch Ach, ich hab ihn sogar getötet Ne, hä Doch Aber Ach, ich bin verwirrt Ich dachte, ich hätte ihn für immer aus dem Spiel genommen Leo, du hast einen Zweierbogen, ne? Ja Dann hol ich mir jetzt erstmal noch ein Dreierschwert Bevor du, äh, also das beste Schwert Bevor du dir einen besseren Bogen holst Bin ich für Damit wir auch noch Weil du bist sonst wieder ohne Nachkampf hier in der Mitte Und das ist nicht gut Was bautest du da, mein Freund? Äh Das Problem ist, ich kann halt nicht alle drei Seiten kontrollieren Ich probier's zwar Ja, ja, ich komm ja wieder Es ist nur noch ein Bett am Leben Also, wir, noch haben wir eine Chance, das zu gewinnen Ja, ich bin grad bei Rot auf dem Baum Wo ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich das machen soll Wir müssen ja die irgendwie schon heftig ablenken Wo ist denn Rot? Rot ist schlecht zu nutzen Wenn ihr die anderen töten würdet Dann könnte man sich halt komplett auf die konzentrieren Ich glaub, die wissen nicht, dass ich hier bin Wer hat denn das am besten zerstört? War das wieder ein roter? Ja Der hat halt eine Runde gemacht Der hat sich von Baum zu Baum gebaut Sehr gut eigentlich Dass das keiner gemerkt hat Äh, Leo, wenn du dir was kaufen willst Hier Okay, ich bin jetzt komplett bei denen Da liegen 13 Gold Was können die jetzt hören? Scheiße Haben die bestimmt gehört Du darfst lieber das Bett noch nicht abbauen Oder dafür nicht sterben Ich mach schon eine Spitzhack Äh, Spitzhack Hier dabei Ja Warte, wo bist du? Könnt ihr vielleicht bei Rot so ein bisschen vorgehen Damit die auch Warte Ja, die sind hier Leo, hinter dir ist eine Spitzhacke Damit du auch eine hast Fuck Fuck, 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 fuck Na, ich bin runtergefallen Ich werde sterben Ganz? Doch nicht Nein, noch nicht Oh, cool Jetzt Ja Da sind wir nur noch zu zweit Aber du könntest auch noch probieren Wobei, ja Wo ist das Bett hier eigentlich? Was ist das denn? Ich hab dich angeklickt und seh nur schwarz Ah, lebe Boah, ich muss zurück Ach, das ärgert mich Sag mir mal bitte Wo das Bett ist Hier immer jeweils Wenn du reinläufst Links direkt Es ist bei Rot halt komplett zugewordt Die ist von oben geschafft Ich musste mir das kurz angucken Sag mir mal, ich bin jetzt hier runtergegangen Nicht ganz Schade Ach, zum Kotzen Ja, ich hab ein bisschen Panik Das Problem ist Die Roten sind jetzt in Überzahl Wir müssen da eigentlich jemanden ausschalten, Leo Also das Bett Und dann Aber aufpassen Die anderen können auch von hinten überraschen Ja, zum Beispiel da jetzt Komm schon Noch ein Schlag und der Viertel runter Sehr schön Puh, einer weg Wieder ein Problem weniger Goldschwert hat sich schon gelohnt Mhm Weil der Rückstoß hat ihn ja quasi getötet Und nicht der Damage Schade, das hätte auch nicht funktioniert Ja, ist blöd so Was denn? Ja, ich wollte sagen Ich würde euch vorstimmen Und dann euch töten lassen Aber dann werdet ihr komplett weg Und ich hätte dann in dem Moment Von oben schon abgebaut Natürlich, aber Ja, eben, das war das Problem Deswegen habe ich mich nicht nach vorne getraut Weil wir dann komplett raus wären Ähm Wie lange brauchst du noch zum Equipment, Leo? Ich bin fertig Was hast du jetzt alles? Muss ich nur noch essen? Essen schnell kaufen Ich komme gleich zwei Sekunden Hast du auch alles Gute, was du brauchst? Ja Ja, alles Okay Hier gibt es ja kein Gold in der Base, richtig? Nee Gut, ähm Markus hatte doch alle Roten getötet, oder? Naja, zwei nur Hm So Jetzt habe ich einen Bogen Jetzt habe ich auch noch ein Schwert Alter, ich streffe den nicht aus der Entfernung Das gibt es doch nicht Guck dir Ähm Leo, wo bist du gerade? Ja Bist du wieder oben? Ja, da passt der Winkel nicht Guck lieber hier nach Rot, bitte Nach Rot? Ja Weil die noch das Bett haben Ihr habt die Mitte Also eigentlich habt ihr noch sehr gute Chancen Auch ohne Ja, 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 deswegen will ich ja jetzt hier gerade mal gucken Ich hoffe, die kommen nicht in die Mitte Ja, wir können von oben angehechtet gekommen, ne? Ah Ah, ich darf es euch ja nicht verraten, ne? Ungerne Ich möchte wenn dann richtig gewinnen Dann sag ich's nur, Leo Der hat keine Ehre Der hat keine Ehre Stimmt eigentlich So, dann kaufe ich mir noch einen Trank Ach, deshalb sind die da Oh So, du bist gar nicht in der Mitte jetzt, oder wie? Ne, ich war gerade mal eben einkaufen Ja, das hätt ich mir auch sagen müssen Hab ich doch gesagt? Dass du aufpassen sollst bei Rot Ja, bei Rot Und was ist mit dem anderen? Ach Die anderen Die zwei da Soll ich die anderen mal aus dem Spiel nehmen? Soll ich das mal versuchen? Nichts sage Also ich hab Irgendwas ist mit den Bäumen Das ist mir schon klar Scheinbar Oder so Muss ja eigentlich Doch, lieber Rot Er muss anscheinend fluchen Soll ich irgendwer aus dem Spiel nehmen? Weil eigentlich Wir haben jetzt gerade die besten Ich hab einen goldenen Apfel Ich hab Einen Stärketrank Aha Da oben Okay Leo, wo soll ich versuchen? Bei welcher Seite? Wir sollten mal Blau aus dem Spiel nehmen Bin ich auch für Damit man sich mehr auf die anderen konzentrieren kann Ja Dann versuch ich das jetzt Wenn du aus dem Spiel nimmst Dann probier ich die Roten aufzahlen Ich seh es schon kommen Ich sterbe jetzt gleich Alter, wie viel Eisen ist denn hier? Hier ist irgendwo ne Falle Die haben kein Eisen mehr gesammelt Ach, das Problem ist Ah, ich Idiot Ich dachte ich könnte jetzt einfach hier hin und das Bett zerstören Aber das Bett ist ja schon längst kaputt Ich muss die ja jetzt suchen Toll Aber wie soll ich die denn finden? Mal gucken, wie viel Bronze hier war Okay, hier ist richtig viel Bronze in der Base von denen Das heißt, die sind länger nicht mehr hier gewesen Wahrscheinlich Okay In der Mitte, hinter dir Okay Dann pass mal bitte kurz auf Ups, ich hab die falsche Dings genommen Ach, gut Ich weiß immer noch nicht, wo das Bett hier ist Links, links, links Hab ich doch schon mal gesagt Ich hab erstmal den im Bett Ich hab den Ich komm hier nicht aus dem Wasser raus Oh Gott, ernst Sehr schön Macht sie fertig Macht sie fertig Für die Nachtwache Schön Yes Das war rot Jetzt müssen wir noch die zwei blauen finden Ja Der goldene Apfel war sehr gut, glaube ich Den ich hatte Stärke dran Könnt ihr vielleicht noch Hatte ich auch gerade schon Ich hab 15 Gold Ich glaub, soll ich mal für uns beide einkaufen Stärketrank und einen goldenen Apfel Macht das auf jeden Fall Warte mal Ich sehe gerade was bewegend in der blauen Base Die sind beide da In der blauen links ist es blau, oder? Ja, da wo sie auch zu Hause sind Dann baut doch die Wege ab Und dann könnt ihr ein bisschen ruhiger Ja, aber dann könnt ihr über die Bäume kommen Ja, eben Dann überschaue auch nach oben dann, ne? Weil du kannst die dann auch unterschießen, wahrscheinlich Wollt unbedingt Steine Jo, ich bringe welche mit Ich gehe im Dead-Chat Gegenseitig beschuldigen Du hast doch gar nichts gemacht Ernsthaft? Ja Ich? Ja, tut mir leid Sorry, was denn? Du hast doch gar nichts gemacht Nein, ist schon okay Am liebsten würde ich hochbauen Und sie dann von oben beschießen Weil die haben ja keine Bögel Aber dann können die von unten Warte erstmal ab, bis Lars zurückkommt Weil, äh Wir müssen das ein bisschen geordneter machen Willst du noch irgendeinen Trank? Ne, ich brauche nix An Heilung vielleicht Ja, Heilung, ja Wir haben genug Eisen Ich hole mir Ah, ne, das ist Schnelligkeit Schnelligkeit oder Heilung? Was willst du? Ne, egal Okay, ich habe das ganze Inventar voll mit Heilungstränken Äh, ich hole mir nochmal eben was anderes zu essen als Äpfel Weil irgendwie brauche ich damit ja Stunden, bis ich wieder besättigt bin Äh, lässt du noch ein paar Blöcke noch mit? 60 habe ich jetzt? Brauchst du mehr? Nicht, dass wir uns vielleicht hochbauen müssen oder sowas Ja, okay, ich hole mal lieber noch ein paar mehr Das kostet ja nicht die Welt Also ich sehe sie beide überhaupt nicht Gerade habe ich sie ja kurz gesehen, aber wo die jetzt sind, keine Ahnung Die haben natürlich jetzt so den Überraschungseffekt Die wissen genau, wo wir sind Gehe ich mal von aus Ja, ja, aber bringt denen ja nichts Weil wir haben die Bögel Und ähm Das sind die Heilungstränke Okay Das ist ein Stärketrank Ja, mehr habe ich jetzt auch nicht Ah, Blöcke noch, hier, Blöcke Bumm, da, ein Stack erstmal Gehen wir rüber oder nicht? Da ist auf jeden Fall einer, die gehen hoch Da hat sich einer, ich habe gerade den Namen hochbewegen sehen Der ist oben drauf Da ist oben drauf Ja Könnten natürlich noch Enderperlen nehmen, aber Ich glaube, dafür haben wir nur für eine Den einen sehe ich oben drauf Aber den anderen nicht Alter Was denn? Der Flirt-Chat hier gerade Ohne Scheiß Gehen wir vor oder nicht? Oder sollen wir uns hochbauen, von oben kämpfen? Ich hätte auch noch ein paar Eier, dann könnten wir die als Navigator nehmen, wo die sind Ich esse mal einen goldenen Apfel Hab schon Ich habe gesagt, ich esse mal einen Ich sagte, ich habe schon Okay Machen wir erstmal ein Schaf, machen wir irgendwo es hinrennt Das ist so blöd, was ich jetzt sagen darf Ja, uns kann der ja keinen Schaden zufügen Doch, oder? Nein Ich habe Wasser gehört, warst du das? Ja, das war ich gerade im Wasser Der scheint oben irgendwo zu sein Okay Ich habe Angst Ich habe Angst Ich kriege jetzt einen Stärketrank, ist mir egal Habe ich auch schon Okay Hauptsache Jetzt macht es mir noch mehr Angst hier Warte mal, lass Gehen wir da weg Ich wollte auch mich gerade hochbauen Der ist hier irgendwo, ne? Das ist das Perspektive, also bescheuert Ganz ehrlich Oh Gott Der haut mich runter gleich Ich sehe es schon kommen Hast du gerade zugehauen? Ja Markus, du machst mich ganz nervös Ja Er ist runtergefallen Er ist tot Nein, da ist noch der zweite Der ist auch noch hier Wow Wow, der hat mich runtergehauen Wird das still? Ich habe ihn getotet Getotet? Getotet Toten den anderen auch noch Der andere ist unten Ich kann nicht, ich bin fast tot Totet ihn Der rennt in die Mitte Ah, er ist runtergefallen Sieg, Baby Sieg Endlich mal wieder Sehr gut gemacht, Leute Sehr gut Und das als erstes Team ohne Bett GG Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Bis dann